Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Letzte Folge hier in diesem Jahr 2018. Letzte Podcast-Folge und ich wollte mir natürlich nicht nehmen lassen, euch in ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019 zu schicken. Ich habe mir für diese Folge einfach gar nichts ausgedacht. Ich sitze hier ohne alles. Wir machen das jetzt hier das ganze Freestyle. Und zwar wollte ich einfach mal selbst reflektieren. Ihr werdet das hier für euch natürlich auch machen. Wie war so euer 2018? Meins war unfassbar bewegend, muss ich sagen. Es war sehr energiereich, sowohl als auch. Also es hat sehr viel Energie gebraucht, aber hat mir auch unwahrscheinlich viel Energie gebracht. Und ich bin ja eher so vom Typ Mensch jemand, der so in das Positive gern schaut. Also nicht so alles positiv reden, sondern einfach auch die Chancen, die Möglichkeiten zu sehen. Das ist eher so mein Naturell. Und deswegen kann ich natürlich allen voran die Geburt meiner Tochter Annalia nennen. Meine Frau Katharina und ich sind happy ohne Ende. Es ist ein ganz toller Moment gewesen. Es ist eine ganz tolle Zeit mit ihr davor und danach, also vor der Geburt, nach der Geburt gewesen. Ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr, mit Katharina zusammen den Mindshift Podcast zu machen. Das ist nochmal ein ganz anderes Format. Da geht es um den Perspektivwechsel im Leben und welche Möglichkeiten, welche Chancen das Ganze sieht oder bringt. Das war ein ganz tolles Erlebnis dieses Jahr. Es gibt unfassbar viele. Ich vergesse jetzt sicher einige jetzt hier auf die Schnelle meinen Kopf. Es gab natürlich auch Momente, die echt super schwer waren, die auch traurig waren, die mich viel Energie gekostet haben. Das hört man natürlich immer nicht. Also wenn ihr so als treue Fangemeinde da draußen diesen Podcast verfolgt, dann ist es vielleicht nicht immer so zu erkennen, wie es dem Podcaster gerade geht. Aber natürlich habe auch ich solche Momente, genau wie ihr auch, an die man sich vielleicht nicht so gerne erinnert oder wo man einfach auch wieder Kraft schöpfen kann, weil dieser Moment einfach wichtig war, weil er mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin. Also auch das ist so Teil meiner Lebensphilosophie. Wirklich die Chancen und Möglichkeiten in den Momenten, egal wie schwer es ist, einfach sicher zu sein, sich auf das Leben zu verlassen, einfach Mut zu haben, dem Leben zu vertrauen, dass all das, was euch passiert, einfach einen Grund hat. Es passiert nicht ohne Grund. Es gab auch eine Frage noch auf Instagram, die habe ich gefunden. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber bei mir wischen dann mal so ein paar Fragen durch. Da ging es um die Frage, inwieweit kann ich mich denn mit meiner Persönlichkeit als Marke vorbereiten, obwohl ich gerade noch in der Schule bin? Das ist eine ganz tolle Frage, weil dieses sich vorbereiten auf sich selbst ist ein ganz interessanter Gedanke, der jetzt nicht nur für Schüler interessant ist oder Leute, die in der Ausbildung sind, sondern für jeden interessant ist, der vielleicht heute noch am Fließband arbeitet, der heute noch irgendwo angestellt ist oder der selbstständig ist. Das ist völlig egal. Dieses Vorbereiten auf sich selbst ist die beste Vorbereitung, die wir machen können, um als Marke positioniert zu sein. Warum? Weil alles das, was eine Marke beatmet, alles das, was eine Marke braucht, finden wir in uns selbst. Wenn wir uns also vorbereiten wollen und uns die Frage stellen, was will ich eigentlich vom Leben? Ich bin jetzt 41. Was mache ich eigentlich mit der anderen Hälfte des Lebens? Ich bin jetzt 20. Was mache ich eigentlich mit dem Rest meines Lebens? Das ist eine sehr gute Frage. Also was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich die Möglichkeit hätte, am 01.01.2019 genau das zu tun, was ich wirklich will? Und wenn ich das fokussiere, wenn ich das mir ins Bewusstsein hole, dann werde ich auch die Antworten in mir finden, die mich dazu führen, was brauche ich eigentlich, um mich genau darauf vorzubereiten? Was würde mich wirklich glücklich machen? Und das ist nicht nur die berufliche Perspektive, sondern es ist auch die persönliche, private Perspektive, die dort mit einfließen muss. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit diesem Begriff Work-Life-Balance. Das ist irgendwie so ein bisschen, ich muss eine Balance zwischen dem Guten und dem Bösen finden. Für mich bedeutet das, wenn jemand erfüllt im Leben ist, dann hat er ein erfülltes Berufsleben, ein erfülltes Privatleben. Und alles beides muss miteinander verwoben sein. Beides muss miteinander funktionieren können, weil sonst macht diese gesamte Konstruktion nicht Sinn. Aber weder das eine noch das andere ist irgendwie positiv oder negativ, sondern beides ist einfach das, was mein Herz erfüllt. Gut. Deswegen gibt es in meiner Denke zum Beispiel auch keine Rente. Wer will denn gern mit 65 sagen und danke, jetzt mache ich mal Rente. Das macht keiner. Also in meiner Welt macht das keiner. Oder ich warte damit bis zur Rente. Wenn ich mal in Rente bin, dann. Das gibt es alles nicht. Das bedeutet aber, du musst einer Aufgabe nachgehen, die dich erfüllt. Und es gibt nichts Schöneres, als Gedanken zu entwickeln, Ideen, Impulse zu sich vielleicht auch zu holen von extern, von Freunden, aus der Familie, von Mentoren, Therapeuten, whatever, was auch immer notwendig ist. Und mir diese Impulse und Anregungen zu holen, die mich auf die Idee bringen, wie ich meinem Ziel näher komme. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich genau darauf den Fokus setze. Und genau so bereite ich mich perfekt auf meine neue, Anführungsstrichen, neue Marke vor. Weil alles das, mein komplettes Handeln wird sich danach ausrichten. Schönes Beispiel oder was ihr genau ganz konkret tun könnt, das mache ich mit Katharina jetzt auch wieder am 01.01. Macht folgendes. Setzt euch alleine oder wenn ihr eine Partnerin, einen Partner habt, setzt euch mit eurem Partner zusammen hin. Statte euch aus mit so ein paar alten Zeitschriften. Schöner wohnen, Spiegel. Nein, Spiegel nicht. Also ein paar alte Zeitschriften. Eine Schere, einen Kleber, einen Bilderrahmen besorgen noch schnell und irgendwie ein Papier, wo ihr das draufkleben könnt. Und dann baut ihr zwei euch ein Vision Board. Machen wir jedes Jahr, zu Anfang des Jahres natürlich, was ihr dann zentral in der Wohnung oder im Haus aufhängt. Und dort überlegt ihr euch im Gespräch, im Dialog mit eurer Partnerin, mit eurem Partner, aber auch mit euch selbst, was wünscht ihr euch eigentlich für das nächste Jahr. Und wenn ihr das in so einer ganz gemütlichen Atmosphäre macht, vielleicht ein Glas Wein dazu oder irgendwie ein Essen davor oder danach, ganz egal. Aber wenn ihr euch wirklich das so als Prozess vorstellt, also nicht nur machen, weil der Typ irgendwie im Podcast gesagt hat, jetzt muss ich irgendwas zusammenkleben, sondern wirklich euch mal darauf einlasst und sagt, was ist eigentlich so mein Fokus? Was will ich in der Mitte meines Vision Boards haben? Was ist so das Big Picture 2019? Meins für 2018 war ein Wir. Also dieses Wir assoziiere ich zum Beispiel mit Familie. Dieses Wir ist auch gleichzeitig die Frage, wer ist das Wir? Wer sind meine Freunde? Wer sind die Leute, die mir nahe sind? Von wem muss ich mich vielleicht distanzieren, weil sie mir nicht mehr gut tun? All diese Sachen sind so dieses Wir. Und das fand auch die Katharina toll. Deswegen haben wir das zusammen einfach so in die Mitte des Vision Boards geklebt. Und dann war das so Thema Reisen zum Beispiel, natürlich das Thema Erfolg, aber weniger so dieses Erfolg, indem ich das Wort Erfolg irgendwie aus einer Zeitschrift rausschneide, sondern konkret machen. Was bedeutet Erfolg? Ist das jetzt mehr Geld? Ist es mehr Zeit? Ist es eine Umstrukturierung? Oder was auch immer, was verbindet euch damit? Und versucht das aus diesen Magazinen, deswegen nehmt euch wirklich viele Magazine mit, einfach so beim Durchblättern. Es begegnet euch. Sucht nicht ganz gezielt, sondern blättert so ein bisschen durch, verweilt in euren Gedanken oder in euren Gesprächen. Und dann werdet ihr das ein oder andere Thema finden, was euch sofort anspringen wird. Es ist unfassbar, aber euer Unterbewusstsein wird euch auf die Seiten in den Magazinen lenken, wo das tolle Haus drauf ist, was ihr vielleicht gerade dabei seid zu kaufen oder zu bauen. Oder das neue Auto oder die neue Reise oder ein Baby, weil ihr euch einen Nachwuchs wünscht oder was auch immer. Und dann baut dieses Vision Board zusammen. Und wenn ihr Lust habt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Bock drauf habt, das wirklich mal zu machen, und ich kann es euch echt nur empfehlen, nehmt euch wirklich die Zeit, dann schickt mir doch gerne, wenn ihr wollt, ein Bild von eurem Vision Board. Ja, ich werde mein Vision Board Bild, cooler Name, auch hier zu dieser Podcast Folge mit dazuhängen oder wir machen es so, wir machen es anders. Wir machen das in der Facebook Gruppe, ja. Digital Branding Facebook Gruppe eingeben, wenn ihr neuer Mitglied seid, dann dort eintragen. Und dort werden wir die Vision Boards einfach mal aushängen und werden mal gucken, was habt ihr euch so zusammengestellt und was hab ich mir so zusammengestellt. Also ich bin sehr gespannt. Also das ist ein ganz wichtiges Tool, um einfach in die Reflexion zu gehen, hey, was will ich eigentlich, wo will ich hin, wo will ich auch in meiner Partnerschaft hin. Und das hängt ja zentral auf, sodass ihr das immer sehen könnt. Das ist super wichtig, ihr geht automatisch dran vorbei. Hängt es aufs Klo, meinetwegen, ja, zwischen Bord. Okay. Okay. Und das ist, wenn ihr das mit eurem Partner, eurer Partnerin macht, dann ist das ein ganz wichtiger Moment, warum, würde ich euch gerne sagen, denn es, jetzt habe ich gerade einen Gedanken, ihr merkt das schon. Man sagt ja so, die fünf wichtigsten Leute, die dich umgeben, die beeinflussen dich unmittelbar. Das müssen jetzt nicht Leute sein, so ein Fleisch und Blut, so Personen, sondern das können auch Bücher sein, das können Podcasts sein, das können Hörbücher sein, ganz egal. Also all diese Persönlichkeiten, die euch begegnen in Form von Buch, Ton, Video, was auch immer, die werden euch nachhaltig verändern. Ich möchte noch eine Komponente dazugeben und das ist die Komponente eures Partners, eurer Partnerin. Diese Komponente, die wird gern unterschätzt. Es ist eine ganz, ganz, ganz wesentliche Persönlichkeit, die dort mit euch zusammen in einem Haushalt lebt, denn ihr lernt voneinander, ihr beeinflusst einander, ja, positiv wie negativ. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger, wichtiger Impuls, den ihr jeden Tag bekommt. Also diese Person, euer Lebenspartner, eure Lebenspartnerin ist noch viel, viel wichtiger als diese fünf Personen. Seid ihr also in einer Beziehung voller Glück, voller Energie, voller Liebe, ja, dann ist diese Beziehung unfassbar stärkend für alles, was ihr vorhabt, auch für euer Business. Seid ihr in einer Beziehung, die euch Energie raubt, die euch schwächt, die euch Angst macht, die euch blockiert, ihr versteht, was ich meine, dann ist es einfach ein Energieräuber. Dann müsst ihr unfassbar viel mehr Energie aufbringen, um einmal die Beziehung zu halten, auch auszuhalten, ja, zu tolerieren, zu ertragen oder und noch die Energie oben draufsetzen, die ihr braucht, um euch persönlich weiterzuentwickeln oder um euer Business zu pushen. Also macht euch das einfach bewusst und werdet euch klar darüber, dass euer Lebenspartner, eure Lebenspartnerin an eurer Seite eine ganz wichtige Person ist, die es auch zu, wie soll ich sagen, die auch in euren Fokus gehört. Dadurch, dass sie so wichtig ist, ist das eine ganz schlechte Idee, diese Person irgendwie links liegen zu lassen oder das als selbstverständlich anzusehen, dass diese Person in eurem Leben ist, sondern diese Person hat unmittelbaren Einfluss auf euch, bewusst oder unbewusst, völlig egal. Und euch das zu vergegenwärtigen, euch das klar zu machen, wie wichtig diese Person ist und wie, also als Mentor, das muss jetzt nicht ein Mentoring sein, irgendwie, dass ich so bewusst aktiv ausspreche und sage, hey, ich bilde dich jetzt aus oder begleite dich bei einer gewissen Sache, sondern das ist eigentlich eher so ein unbewusstes Mentoring, ich orientiere mich, ich suche mir, ich suche Rat und ich suche Halt und deswegen ist es so wichtig, eure Partnerschaft in den Fokus eures Handelns, eures Denkens zu setzen, ohne euch dabei, das ist ganz wichtig, ohne euch dabei zu verlieren. Es geht nicht um die Aufopferung, es geht nicht um das Dienen, sondern es geht darum, dass das eine harmonische Balance ist zwischen dem, was ihr seid und eure Existenz, sich euch selbstbewusst zu sein, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite in der Verbindung mit eurer Partnerschaft das Ganze zu betrachten und das als Einheit zu verstehen. Wenn ihr Single seid, auch nicht schlimm, dann seid ihr euch selbst der Mentor, dann erinnert euch, können übrigens auch die machen, die Partner in der Partnerschaft sind, dann erinnert euch an eure Intuition, erinnert euch daran, was euch in die Wiege gelegt wurde, an das, was euch befähigt, all das zu tun, was ihr getan habt in der Vergangenheit. Und es gibt so diesen besonderen Spruch, dieses Bauchgefühl, hör doch mal auf dein Bauchgefühl und hör wirklich mal drauf. Es ist, ich nenne es intuitive Kompetenz, es ist das, was jeder von uns in sich trägt. Das Problem ist bloß, wir werden abgelenkt von dieser Kompetenz, von dieser Fähigkeit. Wir wurden befähigt, irgendwann mal, indem wir geboren worden sind, indem wir Erfahrungen gesammelt haben, indem wir uns Wissen angeeignet haben und so weiter. All das hat uns immer wieder mehr und mehr befähigt, intuitiv das Richtige zu tun, intuitiv auf die richtige Lösung zu kommen, Aufgaben oder Herausforderungen zu bewältigen. Bevor es hier gleich weitergeht, möchte ich noch unbedingt was mit euch teilen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Und Leute, ich finde es großartig, dass so viele von euch ihren eigenen Podcast starten wollen, dass Unternehmen den Podcast als internes Kommunikationsinstrument verstehen oder auch als Hidden Champion im Online-Marketing sehen. Also, das, was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit euch teilen. Wenn ihr Lust habt auf ein kostenfreies 20-Minuten-Coaching, dann bewerbt euch jetzt unter markenrebell.de slash podcastcoaching und ich verspreche euch, in diesen 20 Minuten so viel Know-how rauszuhauen, so viele Hacks mit euch zu teilen, dass ihr Praxis, Praxis und nochmal Praxis bekommt. Also, ins Internet, markenrebell.de slash podcastcoaching und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht es weiter hier. Viel Spaß. Und diese intuitive Kompetenz, die wird überlagert. Das kann man sich vorstellen, wie diese intuitive Kompetenz ist quasi wie so ein Leitfeuer, was man hat, wenn man irgendwie im Flugzeug landen möchte auf der Landebahn. Dann gibt es so ein Leitfeuer, irgendwie so ein Leitstrahl, dem man folgt, um das Flugzeug zu senden. Und dieses Signal wird überlagert, abgelenkt. Abgelenkt durch eine Arbeit, die mir nicht Spaß macht, eine Partnerschaft, die nicht funktioniert. Und das sind alles so Störsignale, die lenken mich ab. Oder Leute, die mir ständig irgendwelche Aufgaben geben. Wenn ihr ganz viele Aufgaben lösen müsst und sagt, hey, wann habe ich nochmal Zeit für mich? Dann ist das genau der Punkt, wo ihr feststellen werdet, dass dieses Leitsignal, eure intuitive Kompetenz, überlagert wird von diesen ganzen Aufgaben. Ständig irgendwas zu tun. Kannst nicht ruhig sitzen. Bam, 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 bam. Nächstes, nächstes, nächstes. Irgendwann Burnout. Das ist die Folge. Und um das wieder klar zu kriegen, auch der Tipp, Meditation. Einmal am Tag eine Meditation. Ich werde euch, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich werde euch eine Meditationsmusik, die ich höre, die geht, glaube ich, 21 Minuten. Manchmal mache ich nur die Hälfte, ist auch okay. 21 Minuten einfach mal abschalten und 21 Minuten über zwei Dinge nachdenken. Einmal drei Dinge finden, für die ihr dankbar seid. Und das andere ist, drei Dinge zu finden, die richtig gut geklappt haben an diesem Tag. Und wenn das das Aufstehen morgens ist, dass ihr gesagt habt, hey, krass, ich kam heute richtig gut aus dem Bett. Super cool. Oder ihr habt ein tolles Rührei zum Frühstück kreiert. Eure Partnerin hat gesagt, sensationell. Sensationell. All das. Das sind Kleinigkeiten. Ja, aber es ist egal, weil sie reflektieren euch nochmal den Tag. Und das ist ein ganz, ganz, ganz bewusstes Wahrnehmen eurer Selbst in diesem Tag, aber aus einer anderen Perspektive. Hier ist also der Perspektivwechsel wichtig. Während ihr am Tag die ganze Zeit aus eurer augenblicklichen Perspektive hustelt, könnt ihr am Abend in der Meditation oder meinetwegen am Morgen in der Meditation nochmal Rückschau halten, nochmal in euch schauen. Und vor allem euch in dieser Perspektive eines Films betrachten. Also wie habt ihr oder wie seht ihr euch in diesem Film aber von außen? Auch ein ganz wichtiger und ganz nützlicher Tipp, um einfach ein Bewusstsein für euch selbst herzustellen. Was passiert in eurem Unterbewusstsein in dem Moment? Ihr denkt oder ihr fühlt quasi in dem Moment, wenn ich meine Denken, meine ich nicht das bewusste Denken, sondern euer Unterbewusstsein, fühlt und erspürt, wie es euch gerade geht. Und ihr werdet feststellen, dass ihr entweder, wow, total voller Energie, voller Happiness, alles cool, bis hin zu, hey, ich bin total leer, ich bin ausgelaugt. Und wenn dieses Unterbewusste ins Bewusstsein kommt, ihr holt es quasi an die Oberfläche und an der Oberfläche könnt ihr es betrachten. An der Oberfläche könnt ihr sagen, okay, was kann ich tun, um einfach wieder glücklich zu sein oder was ist die Situation? Aber dafür muss ich erst die Erkenntnis haben. Ich muss erst erkennen, verstehen und dann kann ich erst Lösungen entwickeln. Und dieses Erkennen heißt eben auch fühlen, also diese Emotionen wahrzunehmen. Wenn ihr ständig Aufgaben bekommt und ihr überhaupt keine Ruhe habt und nachts um 23.30 Uhr das erste Mal euch hinsetzt oder mal ausatmet, dann ist dieses Gefühl, was ihr dort habt, extrem wichtig in der Reflexion, sprich in der Meditation, damit ihr überhaupt etwas verändern könnt. Also die Erkenntnis und das dann anschließende emotionale Nachfühlen, aber dann auch das Analysieren mit eurem Bewusstsein und zu sagen, okay, habe ich verstanden, aha, okay, so fühle ich mich, das könnte eine Lösung sein und dann probiert ihr das aus. Also das ist ganz wichtig, dass ihr bei euch selbst seid und da den Fokus reinlegt. Und ihr merkt schon, all das, ich nenne das immer das Beatmet, die Marke, die Marke seid ihr, ihr seid die Persönlichkeit, ihr seid die Marke. All das ist wichtig, was euch betrifft, was ihr fühlt, was ihr erlebt, wie ihr euch fühlt, in welchem Zustand erlebt ihr eigentlich oder durchlebt ihr eigentlich eure Tage. Und um diesem Zustand einfach auch ein bisschen mehr Gewicht zu geben und euch das Zepter wieder in die Hand zu geben, eure intuitive Kompetenz einzuschalten, dafür ist das extrem wichtig und extrem wertvoll. All das wird nämlich Einfluss haben auf euer Handeln im nächsten Jahr. Ab 1.1.2019 drehen wir alles wieder auf Start, dann geht das Jahr von vorn los. Und dann ist es natürlich wichtig, diese wichtigen Erkenntnisse zu haben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ich empfehle euch, wenn euch das Thema interessiert, gerne auch die Raunechte von Katharina, meiner Lebensgefährtin. Ich packe euch den Link in die Show Notes, wenn ihr Bock habt, da rein, noch reinzuspringen. Die laufen eigentlich schon, aber die Inhalte der Raunechte sind super spannend in Sachen Meditation und so weiter. Das Ganze geht bis Ende Januar. Bis Ende Januar könnt ihr die Meditationen anhören, die Filme anschauen, die dort hinterlegt sind und so weiter. Also wenn ihr ein bisschen was für euch machen wollt, dann geht da rein. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen und einen Rabatt von 20% raushandeln, indem ihr bei der Bestellung den Codenamen Markenrebell eingibt. Alles kleingeschrieben, Markenrebell bei der Bestellung eingeben. Dann kriegt ihr 20% auf die Raunechte von Katharina. Was ich dort ganz toll finde, ist, dort kann man sich pro Tag einfach eine Meditation rausnehmen oder man kann auch jeden Tag die gleiche machen. Wichtig ist aber nur, dass man in dieser Zeit dieser Raunechte, ist auch dort alles beschrieben, will ich jetzt hier gar nicht groß ausführen, was das genau ist. Und dass diese Zeit über den Jahreswechsel so wichtig ist. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein und schaut euch vor allen Dingen auch die Videos an. Es sind viele Videos mit Katharina im Interview zu verschiedenen Themen. Wie bewältige ich meine Angst? Welche Bedeutung hat Meditation für mich? Wie kann ich mein inneres Kind heilen? Also alles führt ja zurück zu unserer Kindheit. Können wir auch nochmal eine extra Podcast-Folge machen und so weiter und so fort. Also ganz viel Stuff. Schaut es euch an. Bis Ende Januar 30.1., 31.1. ist das Ganze freigegeben. Danach wird es abgeschaltet und im ersten Jahr später wieder ausgekramt oder aktiviert. Okay, ich wünsche euch für 2019 wirklich das Allerbeste, vor allem Gesundheit. Das ist die Grundlage von allem. Also ich habe es dieses Jahr wirklich tatsächlich gemerkt. Ohne Gesundheit läuft das alles nur sehr, sehr schleppend. Also das Wichtigste Gesundheit. Werdet euch eurer Selbstbewusstheit, wünsche ich jedem Einzelnen da draußen von euch, Werdet selber zur Marke. Was das bedeutet, ist in den 400, 500 Podcast-Folgen von mir erzählt worden. Nächstes Jahr geht es weiter, auch mit spannenden Interviews. Aber fokussiert euch, das wünsche ich euch nächstes Jahr, wirklich auf euch, auf eure intuitive Kompetenz, auf eure innere Kraft, auf das, was ihr wirklich wollt. Was ist eure Leidenschaft? Was ist euer Passion Project? Was ihr gerne machen wollt? Und daran festzuhalten, ich werde weiterhin mit diesem Podcast dafür sorgen, dass ihr die Impulse und Anregungen bekommt, dass ihr genau das irgendwann mal machen könnt oder vielleicht sogar schon macht, noch besser macht, euch da weiterentwickeln könnt. All das gerne hier in diesen Podcast-Folgen. Ihr könnt mir auch eure Fragen stellen, das wisst ihr. Ich erzähle es jedes Mal. Genau, meine letzte Bitte für dieses Jahr ist, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn er euch gefällt, wenn ihr regelmäßig hört, wenn ihr euch irgendwas habt mitnehmen können, hey, dann freue ich mich auf eure Bewertung bei iTunes. Ihr wisst, wir als Podcaster, wir leben davon. Denn nur dann werden wir sichtbar nach draußen. Das heißt, auch andere Leute, die das vielleicht hier für ganz wichtig, ganz spannend halten könnten, werden diesen Podcast finden. Deswegen eure gerne 5 Sterne bei iTunes mit eurer Rezension. Das wäre ein Traum. Leute, für heute und für dieses Jahr bin ich raus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank auch an die Community, die mir hier die Treue hält und die Fragen schickt und einfach aktiv mitmacht. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und ich freue mich auf ein neues Jahr 2019 mit ganz spannenden Projekten und einem spannenden Austausch mit euch. In diesem Sinne nur das Beste für euch. Und ihr wisst, bleibt rebellisch. Ciao.